Hallo und herzlich willkommen beim Kern- und Stelle-Medientechnik YouTube-Kanal. Ich bin Moshtaba Haidatsadeh und heute stelle ich euch vor, wie man eine Videokonferenz mit dem Sharp PN80 TC3 durchführt. Sharp entwickelt eine praktische Lösung mit diesem Display für Videokonferenzen. Es lässt sich flexibel eine Webcam positionieren. Insgesamt gibt es sieben Montagepunkte am Displayrahmen. Somit hat man die optimale Bildeinstellung für jede Konferenz. Für folgendes Szenario kommt Skype und Touch-Display-Link von Sharp zum Einsatz. Ich befinde mich in Hamburg, mein Kollege befindet sich in München und wir arbeiten gemeinsam an einer Folie. Ich mache jetzt hier zwei Annotationen und mein Kollege wird ebenfalls dazu eine Annotation durchführen, was ich dann zeitnah hier auf meinem Workstation erkennen kann. So lässt sich wunderbar zusammenarbeiten von zwei unabhängigen Orten. Das war eine Kurzvorstellung zum Thema Videokonferenz mit dem Sharp PN80 TC3. Für weitere Informationen zu diesem Produkt oder weiteren Themen besucht gerne unsere Seite kern-stelle.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.